Ich bin so froh, dass ich in einem Land lebe, in dem jeder Bücher schreiben darf. Aber dass das als Sachbuch durchgeht, ist unglaublich. Es stimmt ja schon, was nützen uns die anatolischen Bauern? Wir sind ein bisschen lernbehindert, was bringt das schon? Wir brauchen hier Facharbeiter, wir brauchen Fachkräfte. Wir brauchen gut ausgebildete Menschen, die hier gut integriert und angepasst und unauffällig leben. Ingenieure, Leute wie Mohammed Atta, die auch mal nebenher einen Flugschein machen können. Ja, wir brauchen Informatiker. Leute, die hier nochmal eben die Atomkraftwerke hacken können. Dann brauchen die auch keinen Flugschein mehr machen. Es wird immer einfacher alles. Die anatolischen Bauern bringen uns nichts. Frisches Gemüse, wer braucht das schon? Das ist doch doof. Facharbeiter brauchen wir. Ja, knapp 100.000 Facharbeiter brauchen wir. Es kommen aber immer nur ein paar hundert. Komisch. Will offensichtlich keiner kommen, schon gemerkt? Wir glauben, wir stellen uns da hin und rufen Facharbeiter und die kommen. Den Dünkel können wir uns nicht mehr leisten. Kein Mensch will kommen. Die haben einmal zu oft Kinder statt Inder gehört, Herr Rüttgers. Die Stimmung ist nicht danach. Und die Inder gehen lieber nach Kanada oder Australien. Leute mit Grips haben keine Lust auf Deutschland offensichtlich. Ich habe gelesen, die Inder halten uns für humorlose Organisationstalente. Für das einzige Volk, was seine Unterwäsche bügelt. Die haben keine Lust. Und bis die Inder nicht kommen, haben wir uns ohnehin auf den Islam versteift. Und haben Angst. Angst vor dem Islam. Haben Sie auch so Angst vor dem Islam? Haben Sie so Angst vor dem Islam? Angst vor dem Islam. Haben Sie auch so Angst vor dem Islam? Wahnsinn, Angst vor dem Islam. Angst vor dem Islam. Letztes Jahr sind 70.000 Deutsche an Alkohol krepiert. Haben Sie Angst vor Riesling? Uns geht's zu gut. Wir empören uns über jeden Mist. Jetzt empört man sich gerade, dass die Schüler an den Schulen sich beschimpfen gegenseitig. Das gab's doch früher nicht. Die beschimpfen sich. Muslimische Jugendliche nennen unsere christlichen Jugendlichen Schweinefresser. Nur weil wir hier den ganzen Tag von morgens bis abends Unmengen Schweine fressen, ist das auch noch lang kein Grund, uns so zu nennen. Das ist eine Frechheit. Jetzt spüren die christlichen Jugendlichen mal, wie das ist, wenn man in der Minderheit an deutschen Hauptschulen ist. So geht immer die Mehrheit mit der Minderheit um. Und sonst nix? Schweinefresser. Die mussten sich jetzt 50 Jahre lang geduldig alles anhören. Oder? Kümmeltürke und Kanacke und Kameltreiber und Ziegenficker. Und jetzt nach 50 Jahren trauen die sich Schweinefresser zu uns. Das ist alles. Das ist eine Sauerei. Unverschämt. Und genauso wahr, wie das ist, dass wir Schweinefresser sind, ist natürlich auch wahr, dass das Kameltreiber sind und Ziegenficker. Ach natürlich, gucken Sie sich doch mal rum. Den ganzen Tag werden Kamele getrieben und abends sind die Ziegen fängig. Ja klar. Und die Mutti kriegt die Burka auf, damit sie das Elend nicht sehen muss. Natürlich, so kennt man sie doch. Überall. Angst vor dem Islam. Naja, das rege ich mich auf. Und jetzt kommen diese christlichen, geschichtsvergessenen Heuchler und machen Front gegen den Moslem und nehmen den Juden zum Komplizen. Das ist beschämend. Schwadronieren jetzt von christlich-jüdischer Tradition. Ja, das kommt halt davon, wenn man den 9. November vom Gedenktag zum Feiertag macht. Wird nicht mehr gedacht, jetzt wird gefeiert. Christlich-jüdische Tradition. Kennen Sie den? Ein Rabbi und ein Priester gehen spazieren und es ist Hochsommer, Mitte Juli und beide schwitzen mächtig und kommen an einen Fluss und der Rabbi sagt zum Priester, Mensch, lass uns doch einfach ein bisschen abkühlen, wie schaut's aus? Ja, sagt der Priester, ich hab keine Badehose dabei. Ist doch egal, sagt der Rabbi. Wir springen da rein, wie Gott uns geschaffen hat. Gesagt, getan, die beiden kühlen sich ab. Als sie rauskommen, sieht man eine Gruppe Wandersleute vorbeigehen und der Priester macht sofort so und der Rabbi macht so. Und der Priester sagt, wieso machst du so? Sagt der Rabbi, meine Gemeinde erkennt mich am Gesicht. Sagt der Rabbi, meine Gemeinde erkennt mich am Gesicht.